Nein. Hallo und herzlich willkommen meine lieben Leute und heute spielen wir ein Sniper Duell One vs. One mit dem Kaido. Meine lieben Mäuschen. Hat ja gerade so nichts sagen, oder? Genau. Das Land ist gerade da. Bestimmt. Das soll ich wieder hier auch machen. Ey da ist jemand gerade vorbei losgeflogen. Willst du wissen, was ich da? Die Sonne. Wow. Kannst du ein Programm abschießen? Ja genau. Ey bei mir ist gerade ein Vogel vorbeigeflogen. Oh mein Gott ey. Ich weiß ja nicht. Schieß mal. Naja. Ich kenn das Spiel. Mach ich nicht. Ja ich schieß auch. Ja ich schieß dorthin. Was ist los. Da bist du ja. Oh scheiße. Nein. Ich seh dich nicht. Bist du dumm? Ich bin weg. Ich bin mal weg. Ja. Ja. Ja oder? Ey halt. Oh mein Gott. Alles klar. Ich kenn das doch. Nein. So so klar. Ja. Ein Kill. Okay. Das ist schon mal back. Das stimmt. Ich hab dich gesehen und dann. Ich hab dich auch gesehen. Ich hab dich auch gesehen. Ich hab dich auch gesehen. Und ich hab dich gesehen und dachte. Aber ich wusste nicht erst dass ich dich gesehen hab. Hab schon weggetreten und dann hab ich dich noch im Aufsehen gesehen. Okay. Okay. Nein. Ich wollte einen 360 machen Mann. Ja. Und das hättest du eh verkackt. Ja und dann wär's ein Treffer gewesen. Na gut. Hey. Ich hab's doch gehabt. Alter. Aus dem Nichts. Was macht man das? Alter. Ich bin so scheiße. Alter was war das? Was war das? Was war das? Ey. Ich hab nicht vorher die ganze Zeit eigentlich gehabt. Ja klar. Ach da warst du. Ich hab dich auch nicht bei der Karte gesehen. Ich hab dich auch nicht bei der Karte gesehen. Bin ich dumm. Bin ich dumm. Oh mein Gott ich schaff jetzt. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm Alter. Ach da. Ich schick da. Hä. What the fuck man. Wer ist denn da der Vogel? Ich bin so dumm. Das geht gar nicht. Ich treff jetzt gar nicht. Hey ich hab doch hochgeschossen. Ich hab doch hochgetroffen. Auf eure Treffer. Was glaubst du? Ja. Das war so klar dass das jetzt kommt. Hä? Warum hab ich dich nicht getroffen Alter? Erreichend. Oh doch. Bin ich dumm? Ich seh dich ja hoch. Warum treff ich denn mich? Warum treff ich denn mich? Du hast mich wirklich nicht getroffen. Kein Unentschieden. Oh 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 oh. Hab ich mich erschrocken? Ich hab einfach geschossen. Ey das ist zu witzlos. Ich hab mich nicht. Ich hab kein Unentschieden. Oh oh oh. Hab ich mich erschrocken? Das ist jetzt wirklich unverdient. Bei Nosego kann ja wohl jeder. Oh na wie mehr. Das ist so unverdient schon wieder man. Oh ich komm so aus dem Haus und denke mir. Oh scheiße. Und ich hab einfach nur getrickt auf einmal. GG. Und wieder 19. Aber diesmal hast du 18. Ja. Aber ich muss sagen am Anfang hast du dominiert. Ich sag doch das ändert sich so schnell. Boah. Hab ich mich erschrocken. Scheiße. Das klingt locker richtig scheiße. Dann ruht dich erstmal aus. Ihr habt es gehört Leute. Er will nicht. Also wenn es euch gefallen hat. Das Video war doch da nochmal. Und wir sehen uns. Tschüss. Tschau. 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 Tschau.